normal wenn ich ja nicht so unfair aber heute die weise jetzt weil ich habe eine Art des Spielmann die Garnett das Problem ist dass ich grad ultra viel Hunger habe dann kann ich es natürlich schon auch noch mal probieren wer ihn früher findet der schreit und dann macht's derjenige so das war eine Katscherscheidung in den Fick halt noch ein paar die Verlose oder so ich hatte gerade schon das ja ich sage ja nur fleisch ist halt auch echt manchmal blöd für alle anderen Begrüßung sie so so und kann schnell kurz vor ich bin keine Karotten die auf dem Weg sammeln schon Bären Karotten vor allem. Karotten sind eigentlich echt gut. Beeren auch. Sind wir mal ehrlich. Das sind wir uns gut bei. Scheißegal. Ich klicke egal wohin. Whatever. Ich kill auch nebenher ein paar Maulwürfe. Wenn ich dazu komme. Also ich habe jetzt gerade einen Truck auf jeden Fall. What? Meteoreinschlag. Direkt neben mir. The fucking hell. Holy mother. Okay. Das ist aber nicht im Steingebiet. Das ist hier ein Sommergebiet. Also ich habe einen. Was bringt mir ein Meteoriteinschlag? Irgendwas schönes? Naja das sind halt Steine ringsrum. Die vorigesetzt worden. Nope. Teilweise wird auch goldlos so. Nicht im Sommerbiom logischerweise. Dann schau es schon. Ah doch hier sind Steine. Ja okay. Ich meine ich kann diesen scheiß Koalafant in die Ecke treiben. Nee. Probably net. Ach hab's hinkriegt. Oh shit alter. Vergessen wegzulaufen. Like an idiot. Vergessen wegzulaufen. Ups. Ach toll greif ich einen Trashmetling an. Klasse. Toll den kannst du mir gleich mitbringen Pies. Warte klar dass ich einen Kills hab. Hm. Stimmt. Glaub ich hab einen Kills. Ach so das hat hier ringsrum in das andere Gebiet auch noch mit eingeschlagen. Nicht nicht nur hauptsächlich in das Ding. Oh Gott hey. Ist alles voll am Arsch. Überall Einschlagslöcher. Häft häft. Hast du den Koalafant dran bekommen? Ja. Oh hier ist ein Hound. Ein Wild Hound. Das waren wohl doch mehrere Sandeln. Die stehen selten alleine. Ja ich hab gehört das sind Rudeltiere ne. Kann das sein. Jo das ist Probabli tu. Aha. Hä was ist mit den Schweinen los? Warum? Wir haben keine mehr. Wie hat es jetzt jemand alle gekillt? Oh das bin ja ich ja gewesen. Wer hat all die Schweine gekillt? Oh das bin ja ich ja gewesen. Oh. Hm. Ich bin ja schon bissle hungrig. Jo. Ich kann dir zumindest mal zwei Fleisch vorbeibringen wenn es dir hilft. Jetzt haben wir aber erst einen Rüssel gell. Ja. Bleib. 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 Das reicht nur net. Ne. Ne. Komm schon. Nimm die Kagi auf. Heide nei. Jetzt hat mein Typ grad echt Probleme mit Zeug aufzusammeln. Gut der erste Schritt für den Winter haben wir getan. Und nochmal den Chest musst her. Ja echt he. Das ist crazy wie viele Fischten. Oh wie schwach mein Typ plötzlich ist wenn er so wenig Leben, äh so wenig, so viel Hunger hat. Das ist echt krass. Der Unterschied. Au. Der fällt dir halt, der fällt dir halt besonders so krass auf weil du halt. Meistens vollgefressen bist. Toll ich habe hier auch so eine Ding aufgesammelt. Einmal Blumen. Dort zwischen diesen ganzen Zaplinks. Wirklich Flo. Hm. Du kaufst gar nicht so gut wie hier. Das stimmt. Ich regle nur ja auch keine fucking Leben wenn ich die angreife. Oh. Ich sag du es auch so und ich kann nicht so killen. Okay. Ähm, ähm, night, night, night approaching. Oh ja. Okay, jetzt kannst du was drüben einfach zu killen. Hauptsache neigebashed. Toll wenn ich wirklich dieses, dieses äh, Monster Mead auch essen könnte ohne negative Effekte. Ja. Das ist ganz nice. Get the fuck off, Gobbler. Ne, mein Typ kriegt ganzer Hunger. Und ich habe hier, was auch ganz schön ist. Du böse. Da, liegt's. Du willst ja zu dumm, das aufzuheben. So, ich koche mir mal was. Und hier habe ich auch noch ein Ratatouille. Nom nom. Das ist schon. Ich meine, ich habe 116. Ja, 64. Ups. Yes. More Ratatouille for me. I want to go this direction, but I can't. It's too dark. Oh. was geht help me out let me touch your beautiful hier nehmen mal diese drei spieler glänz sie passen in den chest benutze einfach so nee 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 ich habe mir hast du selber gemacht und überhaupt nicht mehr ein bisschen sanity als gut dann soll ich noch gleich das nächste thing das nächste fieh ich ein also ich tue mal eine ratatouille hier in die gefriert links weil ich brauch meine notfallration so jetzt 150 leben wird er das wird doch besser so ich brauche schon was in der hand damit ich das angreifen kann was schmerzling ist ja du kannst einfach alt F drücken was alt F ist so kurz kommen wie ich ja alles in nähe im gräfer nächste nächste so wirkt was an gräfer im gräfer alt F was ist nee alt F ist nett du lügst STRG und F so erster ist soll mein Gott schimmert mal die Taschen ja toll jetzt habe ich erst recht die Blume aufgesammelt war ja klar klar ja stlg und F ist schon mal ein gutes kürzeln zu kennen zahlst mal schon mal extra ja das ist ja 100 Jahre her sie dass du so easy vergisch sorry so ich traute hier mal zwei Schmetterlinge noch hin gut ok Alex Alice ist auf Hitbox hi ok es sind sogar drei Schmetterlinge kam aber Zungenbrecher der Name aber hi Jo ist in Ordnung ich habe 167 Leben ich bin es dann voll lieb gemeint aber danke wie viel Leben habe ich denn 200 gell keine Ahnung ich glaube es ändert sich bei dir auch es ist zu mir auch nee selten nee okay ziemlich sicher dass es nicht so ist so wo finde ich jetzt sonst Bisches Dörp hier Scheiner mitten in der Bais das das war so logisch soll ich den machen nee lass mich oh wir haben hier schon äh von deinem Drying Rack zweimal Jerky which is nice, haben wir sonst noch großes Fleisch? ja das hängt am Drying Rack nee nee ich will wieder welches aufhängen logischweise dass die nicht leer hängen Underbase Action hier hier bei mir Tatsache hau how unexpected dass das jetzt die Richtung geht mit sowas Popcorn? ich probier einfach mal rum experiment wenn man aus Butterflies Butter rauskriegt kann man voll die nice Rezepte machen die ich allerdings nicht kenne weil ich nie Butter hab oh geil ich hab ja Rot ähm warte mal ich kann da unten mein Zeug ordentlich boosten boosten fertilisieren fertilisieren oh toll das bringt ja gar nicht so viel wie Kacke der Rot ist ja n Dreck nee dann behalte ich den lieber um wieder Alex Alice schreibt you're a very cool guy oh I'm sorry I also speak English so yes thank you for that um oh no ich hab ich hab scheiße hergestellt wet goop no you 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 then gooped haha kann ich nicht nee kann ich nicht okay here eat this I just said that your name is a wie heißt ein Zungenbrecher auf Englisch uh I don't know tongue twist tongue twist no tongue twist let me look that word up I can't remember it um zungen brecher that was a jawbreaker or tongue twister where well okay that was close that's all I wanted to say no man alter what's with this thief to sound there and if you are interested I'm also streaming on twitch at the same time so twitch.tv slash meta union is the same stream as the one you see right now no koala fund that off track oh no um store so time for some farms also glaubst du dass ich dich in der gedreiber na ö weil er ein qualafant ist und dass man hart nicht eisig the more the better lag dies aha ja ich hab noch ratatouille ähm 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 in etwa so oh shit was hast du getan ähm aber kein krass dabei immer schlecht immer immer sehr schlecht immer immer sehr schlecht kein gras und keine sticks sind so ziemlich kacki so mal wieder meine Büsche hier blöb blöb nur nur 2 blöb aber diesmal vielleicht ein bissl leh he he oh jetzt nochmals suspicious darkpile aber ich hab's ich hab's den koala fund ja den hab ich auch schon ach den hast du da wären nur ein zweiter gewesen ja da kommt der Gott der Gott der Gott ich bin naja den finde ich noch vor den Nacht jaaa so close uh oh uh oh no not urtla ah ho g der war quite close so und was ich singe ist Alex do not rush hahaha do not hoodl with the noodle with the noodle Alex lies Alex Alice schreibt this is little kitten for you oh how sweet hahaha Flo hier 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 und hier und jetzt macht ihr eine yes zum Ausrüsten I'm gonna do it und breezy vest nein das ist so ja ja hier und dann ist noch das hier Vielen Dank.